Willkommen auf Les Enbrun, einen familiären Campingplatz in einem bonbestandenen Garten mitten im Dorf Le Poultu. Wir empfangen sie bei uns. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an modernen und komfortablen Unterküften. Mit Terrasse nach Modellüberdacht und Gartenmöbel. Und für die Campingliebe aber gibt es komfortable Stellplätze mit wohl ausgestatteten Wohnbereichen. Nur 250 Meter von feinzahnigen Stränden entfernt profitieren sie von der Fülle unserer Bretagne und schöpfen in der Ruhe unserer Landes neue Kraft. Sie können sich auch am Rand unserer überdachten und beheizten Schwimmbadels entspannen. Die Wassertemperatur beträgt ab April 28 Grad. Und warum nicht in unseren Entspannungsbereich eintreten? In dem wird sie für eine Pause mit 100% Wohlbefinden, Sauna, Hamam, Fitnessraum und Schönheitssalon finden. Vertrauen Sie uns Ihren Urlaub an. Wir tun alles, damit es für Sie unwerklich wird. Daher sage ich Ihnen bis bald!